Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Das Mid-Season-Update ist online und bringt tatsächlich gar nicht so wirklich viel zu Cold War, aber es wurde angekündigt, was uns noch alles erwartet in den nächsten Wochen und da ist einiges mit dabei. Das heißt, so ein bisschen was gab es heute, ganz viel gibt es in den nächsten Wochen und falls ihr euch wundert, dass ihr nichts runterladen musstet, das ist ein Update ohne einen großen Download. Da gab es einfach so ein kleines Playlisten-Update. Man musste oder manche müssen das Spiel vielleicht neu starten, aber das war schon, dadurch sind die ganzen Inhalte freigeschaltet. Es gibt auch eine ziemlich coole Übersicht, die Activision veröffentlicht hat, die seht ihr gerade im Hintergrund und da werden wir jetzt mal einen Blick drauf werfen und schauen, was uns da so erwartet und was man gleich am Anfang sagen kann, eine große Map ist natürlich online gegangen, eine neue Fireteam-Map und zwar Sanatorium. Da seht ihr auch so ein bisschen Gameplay im Hintergrund, da bin ich so ein bisschen unterwegs gewesen. Das Ding ist riesig, das ist wirklich eine große Map und ich habe nicht so wirklich viele Gegner gefunden und hatte tatsächlich auch nicht so wirklich viel Action. Da muss ich sagen, sind action-technisch die anderen Maps bis jetzt irgendwie besser. Ich habe aber jetzt auch nur eine Runde gespielt, das muss ich auch dazu sagen. Die Map ist aber trotzdem spannend. Laut den ganzen Gerüchten, die wir bis jetzt hatten, ist es ja tatsächlich so, dass alle Fireteam-Maps zusammengebaut werden und dann als Map für Warzone kommen. So wurde das auch schon bei Bodenkrieg und MW gemacht. Alle Maps, die wir da haben in MW als Bodenkrieg, sind ja Teil der großen Warzone-Map. Da sind natürlich die Lücken und so weiter gefüllt worden und anscheinend wird das auch passieren mit den Fireteam-Maps und der nächsten Map, die wir bekommen, ja in einigen Monaten. So ein bisschen müssen wir da drauf noch warten. Das sind alles nur Leaks, das ist nichts Bestätigtes, aber das würde natürlich Sinn machen. Und so ein bisschen Battle-Royale-Feeling strahlt die neue Fireteam-Map aber auf jeden Fall aus. Das heißt, ich halte das alles für absolut wahrscheinlich und hoffe, dass da bald die ersten Teaser starten, damit wir uns da drauf freuen können und ich hoffe natürlich, dass wir da irgendwie ein schönes Live-Event bekommen. Raven Software, bitte, gönnt uns nochmal ein Live-Event. Auch online sind neue Modi oder ein neuer Modus und zwar Dropkick. Atomkoffer heißt der Modus auf Deutsch und was noch online kommt, ist ein Sniper-Only-Moshpit-Modus, wo dann eben alle snipen und noch mehr Modi sind angekündigt. Und das wird alles noch passieren innerhalb von Season 1 bzw. Atomkoffer ist jetzt natürlich schon online und das ist so ein Modus, wo man irgendwie einen Koffer zu einer Atombombe bringen muss und die dann zünden muss. Auch schon online ist eine neue Waffe, allerdings nur ein Schwert und normalerweise bekommen wir ja im Mid-Season-Update auch immer irgendwie eine Fernkampf-Waffe. Die wurde aber ja eben schon ein bisschen vorgezogen. Das ist die Shotgun, die Straßenfeger, die jetzt vor ein paar Tagen schon online gegangen ist. Das ist ein bisschen komisch, warum die jetzt früher online gegangen ist, aber jetzt ganz neu gibt es eben ein Schwert. Das wird man wahrscheinlich wieder kaufen können im Shop, in einem Bundle. Man kann sich das Ding aber natürlich auch freispielen und zwar muss man mit einem Messer ausgerüstet zwei Finisher-Moves machen in zehn verschiedenen Spielen, was sich irgendwie gar nicht so leicht anhört, finde ich. Wobei man da vielleicht auch einfach in Fireteam kann, dann kann man den Gegner nocken und kann dann den Finisher-Moves machen. Das ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, wobei die Runden dann natürlich länger sind. Und ich denke, es wird wieder so sein, dass man die Runde zu Ende spielen muss. So war das auch bei der Shotgun. Irgendwie wurden die Runden zwar gezählt, wenn man gequittet ist, wenn man dann aber eine Runde abgeschlossen hat, sind die Runden wieder resettet worden und eigentlich musste man die Runden wirklich beenden. Und ich kann mir vorstellen, dass das ja auch wieder der Fall ist. Außerdem ist jetzt schon online ein neuer Zombies-Modus und zwar Cranked. Das heißt, alle Zombie-Fans haben hier auch nochmal was Neues. Und außerdem wird es so sein, dass wir von heute bis zum 21. Januar Zombies kostenlos spielen können, falls wir Cold War nicht haben. Das heißt, es gibt ein kostenloses Wochenende in Anführungszeichen für Zombies, was ziemlich cool ist. Und für Zombies wird es außerdem eine neue Map geben. Die kommt ein bisschen später raus und zwar am 4. Februar. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber was man da bis jetzt sieht, auf diesen ersten Teaser-Bildern, sieht schon sehr cool aus. Auf jeden Fall geil, dass die ganzen Zombie-Fans jetzt auch schon wieder eine neue Map bekommen. Wäre ein bisschen schade gewesen, wenn man jetzt als Zombie-Fan irgendwie ewig warten muss. Noch bis Season 2 vielleicht warten muss. Und ja, ihr könnt beruhigt sein. Eine neue Map wird auf jeden Fall kommen und die heißt Firebase Z. Außerdem ist es so, dass wir tatsächlich, und damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, eine neue Map bekommen für den Multiplayer. Das kam so ein bisschen aus nichts. Allgemein wurde ja gar nichts angeteast zu diesem Mid-Season-Update. Das muss man auch sagen. Aber was wir bekommen, ist eine neue Map aus Black Ops 2. Die wird als Remake zurückkommen, wird sich aber optisch nicht wirklich verändern. Das wird wie bei Raid gemacht, dass die Map eigentlich vom Aufbau und so weiter gleich bleibt. Und was wir bekommen, ist Express. Das ist die Map aus Black Ops 2 mit dem Zug, der immer wieder über die Map fährt. Das ist keine schlechte Map, das auf keinen Fall. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so eine legendäre Map. Deswegen finde ich es ein bisschen komisch, dass die kommt. Normalerweise ist es ja bei diesen ganzen Remakes so, dass da eher so diese Fan-Favorite-Maps kommen. Und keine Ahnung, was hätte da kommen können. Bin mir jetzt auf die Schnelle auch nicht sicher. Vielleicht in Slums zum Beispiel. Irgendwas in die Richtung. Ich glaube, da hätten sich wahrscheinlich mehr Leute drüber gefreut. Geil ist es trotzdem. Das ist eine schöne Map. Und natürlich stellt sich wieder die Frage, ob es okay ist, dass Remakes kommen. Ich denke aber schon, solange die kostenlos sind. Und das wird natürlich eine kostenlose Map sein, die mit der Zombie-Map am 4. Februar online geht. Was wir auch bekommen, noch während Season 1, ist dann tatsächlich League-Play, also Liga. Das ist dann das erste Mal, dass wir Cold War spielen können mit Skill-Based Matchmaking. Gleichzeitig aber noch unseren Rang angezeigt bekommen. Das ist ja so eins der Probleme von Skill-Based Matchmaking, finde ich auf jeden Fall. Man spielt irgendwie in einem System, in dem man immer gegen Gleichgutes spielt. Kann aber nicht wirklich gut sehen, auf welchem Level man gerade irgendwie ist, weil halt nichts angezeigt wird. Man schwitzt einfach die ganze Zeit, ohne dass man irgendwie eine Belohnung, nenne ich es jetzt einfach mal, bekommt. Und das ist dann bei League-Play natürlich anders. Da sieht man dann, welchen Rang man hat und wie gut man ist im Vergleich zu den ganzen anderen Spielern, während man gleichzeitig aber trotzdem die ganze Zeit gegen ähnlich Gutes spielt. Wird spannend auf jeden Fall. Am 21. Januar, also im Prinzip, wenn die kostenlose Zombie-Phase zu Ende geht, bekommen wir dann noch einen neuen Operator. Den sieht man hier auch auf dem Vorschau-Bild. Zayna ist das. Da gibt es ja auch nochmal ein größeres Bild, das seht ihr im Hintergrund. Und dann ist es noch so, dass man jetzt hier auf diesem Bild eine ziemlich geile Waffe sehen kann, auf diesem Teaser-Bild. Das Bild gibt es auch noch ohne die ganzen Maps und so weiter. Das seht ihr gerade im Hintergrund. Das ist auf jeden Fall irgendwas aus Zombies. Das ist ein Portal, das sich irgendwie auf der neuen Map befindet anscheinend. Und was hier irgendwie ziemlich geil ist, ist die Waffe. Was ist das denn für ein geiles Ding? Das ist wahrscheinlich irgendwie eine Wunderwaffe, irgendwas Spezielles für Zombies. Aber wie geil wäre denn so eine Mastercraft-Variante für zum Beispiel die AK? Ich denke, das ist die AK, die wir dann spielen können in Warzone und im Multiplayer von Cold War. Das wäre verdammt geil. Die darf natürlich nur normal schießen, das ist klar. Aber auf solche Skins habe ich Bock, muss ich sagen. Ich hoffe, es wird verrückter bei den ganzen Skins. Ich hoffe, irgendwas in die Richtung kommt. Würde mir gefallen. Und ich meine, wir haben ja auch schon eine AK mit einer Rakete hinten. Warum dann nicht so was? Ich glaube, das wäre auf jeden Fall möglich. Und ja, das sind die ganzen neuen Inhalte, die gekommen sind und die angeteast worden sind für die nächsten Wochen. Ich halte euch zu dem Thema natürlich auf dem Laufenden. Ich selber muss sagen, ich bin ein bisschen mehr gespannt auf das, was noch kommt für Warzone. Da muss ja irgendwie auf jeden Fall noch ein großes Update kommen, das die ganzen Waffen anpasst. Weil die ganzen Aufsatzbeschreibungen oder viele davon sind ja aktuell nicht wirklich richtig. Ich dachte eigentlich, das kommt vielleicht mit dem Mid-Season-Update. Aber anscheinend müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden. Und ich hoffe natürlich, dass es vielleicht zu langsam losgeht mit den ersten Teasern für die neue Map, die wir bekommen für Warzone. Auf der anderen Seite sollte Raven oder sollte Activision auch nicht zu früh mit den Teasern anfangen. Also ja, zwei Wochen Teaser und dann bam, die neue Map. Ich glaube, das wäre am besten. Dementsprechend müssen wir uns wahrscheinlich auf die ersten Teaser noch ein bisschen gedulden. Denn laut den ganzen Leaks soll ja die neue Map erst März, April kommen. Also da dauert es noch ein bisschen. Und ja Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Für weitere COD-Videos lasst ein Abo da. Wir sehen uns wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, bis dahin. Wir sehen uns wieder.